Ciao Gentlemen, freut mich, dass Sie alle gekommen sind beim täglichen Meeting. Komm mal gleich zu Ihnen, Commander. Ja? Ja, ich meine, du Commander Flameus. Wie hast du da? Ja, sagen Sie doch mal mit Ihrer Security. Ich meine, die wächst ja jetzt stetig an, da ist ja jetzt kaum noch Platz. Da muss man ja sich richtig beeilen mittlerweile schon, um da noch einen Platz zu kriegen. Das stimmt, unsere Plätze sind sehr rar, da muss man sich noch schnell melden. Ja, machen Sie folgendes, passen Sie auf Flameus, begeben Sie sich mal mit Ihren Jungs runter in die Waffenkammer und stellen soweit Bereitschaft her, dass die einzelnen Sektoren in Patrouillen abgegangen werden und ich komme einfach nachher mal kurz auf einen Kaffee runter. Okay, Sir. Ich finde es nicht in der Waffenkammer. Ja. Super. Okay, Leute von Security, komm mit. Einer pennt. Ah, jetzt hat er es gerafft. Gut. Ja, Gentlemen, gut. Dann, ja. Lacket Daimon. Ja. Also das mit Lieutenant Commander Heinrich und so, dafür finden wir jetzt eine Lösung. Also Sie werden zum Lieutenant befördert. Okay. Danke, Captain. Bitte. Sie sind ab sofort Lieutenant und zwar im Maschinenraum. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Danke, Captain. Ja. Manchmal geht es mit den Förderungen recht schnell, wenn es die Umstände erlauben. Ja. Und Ihren, ja, Lieutenant Commander, also Ihren neuen Mann, den Endside Airborne, mit dem können Sie bestimmt was anfangen. Ich bin zuversichtlich. Und, ja. Ach Doktor. Ja? Ja. Ja, checken Sie doch mal routinemäßig die ganze Mannschaft durch, ob sich nicht irgendjemand eine Erkältung geholt hat oder so. Jawohl. Ausgezeichnet. Gut, dann, ja, das wärs dann soweit. Und meine Herren dann auf Ihre Position. Commander, Sie wissen ja Bescheid mit Ihrer Position als... Ja, ich will hier rumlaufen und die Stationen kontrollieren. Sie machen Ihren Job in Transporter. Genau. Bin ich zuversichtlich. Gut. Alles klar. Dann abtreten und wenn irgendwas Außergebündliches ist, Sie wissen ja, mein Büro ist immer für Sie auf. Gut. Dann mach ich mich aufm Weg. Gehen Sie hin, Commander? Ich gehe in den Transporterraum. Und Sie? Ähm, 15, 14 oder 16 irgendeiner. Ich hab freie Wahl da, ne? Okay. Wo sind wir jetzt hier? Und warum häng ich? Ich zeig mal. Häng ich auf. Und ich gehe in die Aufsätze. Wirst du ein Commander? Jawohl. Alles soweit in Ordnung hier? Bisher schon, ja. Danke. Okay. So, jetzt nehmen wir hier mal die schönen Quartiere. Oh, das Wasser wackelt etwas. Ja, so. Dann gehen wir wieder raus. Ich suche ihn schon die ganze Zeit. Wir haben jemanden von Ihnen aufgegriffen. Ja? Er braucht eine Aufgabe. Wo? Ähm. ja keine planänderung ich muss ich bin auf einem wichtigen in der wichtigen konferenz oben im herrn admiral sie haben so lange das kommando ich für ungefähr zehn minuten ist bei mir okay geht klar captain habe ich habe einwand sollten sich für den taktischen offizieren und händler flammi ausnehmen ich habe das ganze jetzt beschlossen alle an sich gute idee allerdings ist die idee mit lieutenant commander alex genauso gut ja also ob er oder jemand anderes oder alex das ist kommt dasselbe raus gut meine herren dann ist gut da man an die arbeit und man findet mich oben im büro und ob man da auch und du musst du vor zu suchen für dein alter mit der um leonard diese welche alle das nervt Ja. Nein. Ja. Achso, jetzt bin ich grad mal der Captain hier. Warten Sie kurz Six? Könnten Sie mal kurz warten? Natürlich. Ich muss etwas anderem persönlich unternehmen. Kein Problem. Ah. Wie ist das Wetter draußen? Oh, kein Wolle, ich bin Crewman. So, dann checke ich gerade mal mein Emotionsmenü hier. Ja, bitte. Warne? Ja. Der Captain da? Ähm, ich habe momentan die Rolle des Captains inne, da der Captain auf der Besprung ist. Ja, das ist ein bisschen startklar, wenn Sie in Warp gehen wollen, irgendwas beamen wollen oder angegriffen werden oder irgendwas angreifen, funken Sie mich an und ich werde die Energie so umleiten, dass Sie dafür bereit sind. Gut, vielen Dank. So, jetzt hole ich mal ein schönes Display hier raus. Dann schauen wir uns grad noch mal hier die Emotes an. Und zwar für die Konsole. Da habe ich noch gar keine Art, doch hier die 3. Ja. 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 Gut. 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 Dann begegnen wir uns mal wieder zum Transporterraum und schauen, was klar ist da. Sie sind aber ziemlich alt, Lieutenant Commander. Ja, ich weiß. Wenn man so viele Jahre auf dem Planeten verbracht hat, im Universum meines, dann sagt hier dann gar nichts mehr, wollte ich sagen. Ich habe keine Ahnung, Oli. Das fängt einfach nur mega ab, ey. So meine Herren, bei Ihnen ist alles in Ordnung? Ja, ja. Haben Sie die sämtlichen Decks schon kontrolliert? So gut wie, also meine Leute sind noch dabei, aber... Sehr gut. Ich halte gut aus, ja. Sehr gut, sehr gut. Oh, da haben wir die Waffenkammer. Alles im grünen Bereich. Wenn was ist, finden Sie mich hier, höchstwahrscheinlich. Danke, Doc. Ach Doc, ich habe einen Ausschlag am Schwanz. Versuchen Sie sowas auch? Ähm, ja. Ich weiß, nein, das weiß. Versuchen Sie es gar nicht erst. Zieh doch mal, bitte die Hose aus. Nein. So, wo sind denn die Herren der Technik? Ich bin oben in meinem Büro. Ah, hier, hier. Ah. Ich war gerade auf dem Weg in mein Büro. Ähm. Ah, jetzt. Hat doch wunderbar geklappt. Ja, dann, ähm, leiten Sie doch mal bitte die Energie in den Warp-Antrieb. Ja. Und, ja, lassen Sie uns mal dann, genau, bereiten Sie einfach für den Warp vor. Ich funke Sie an, wenn wir bereit sind, in den Warp zu gehen. Was? Gut. Vielen Dank. Ich verstehe nichts. Wo bist du? Herr Benrich? Ähm. Herr Benrich? Ist das keiner auf der Brücke? Doch. Jetzt ist der Lieutenant auf der Brücke. Aber darf nicht der Lieutenant Commander Alex auf der Brücke sein? Ähm. Zumindest wo? Okay, ich habe jetzt alle gemutet. Ja, schau doch mal schön in die unendlichen Weiten hier. Okay. Töte dich. Ja, jetzt nehmen wir jetzt hier einen Ingenieur-Koffer. Wo wir dann Sachen reparieren können. Und hier dann eben auch ein Gerät. Hallo, hallo. Hallo, ja. Und einen Phaser, mit dem ich dann auch schießen kann. Aber das lassen wir jetzt wieder mal. Ich bin bereit für den Warp. Gut, dann vielen Dank. Ähm. Dann lassen Sie uns doch mal mit der kleinsten Stufe fliegen und bringen Sie uns raus. Im Warp-Antrieb. Genau. Medic. Ist das Sie schon im, ähm... Medic. ...Medic. ...Computer angegeben? Ja, müsste sein. Okay. Mensch. Ja, kennen Sie sich besser mit der Navigation aus? Ich kenne mich gar nicht mit der Navigation aus. Vielleicht sollten wir die andere noch mal durchleiten. Normaler, es wird nur Ihnen leid zu sagen, ähm, dass meine Erkenntnisse für die Konsolen auf der Brücke nicht ausreichen, um in den Warp-Antrieb zu gehen. Schade. Wissen Sie da einen an Bord? Ja. Der diese Kenntnisse hat? Ähm... Ich denke vielleicht Flameos könnte es haben. Flameos, ich hab dir, äh... Könnten Sie den bitte ausfindig machen und an Deck bringen hier, an die Brücke? Hör auf mir zu folgen, Stevie. Stevie... Ich weiß nicht, was du sagst, aber hör auf mir zu folgen. Ähm... Neof? Ja. Äh... Sagen Sie mal... Äh... Da hinten geht's auf. Ah, Captain. Hallo. Ja, Commander. Ich war gerade hinten, äh, gerade noch, äh, kurz auf dem Polo-Deck, ja. Was kann ich für Sie tun? Ja, Sie haben sich rasiert, wie ich sehe. Ja, richtig. Sehr schön. Sehr schön. Aber man muss tun, was man kann. Äh... Übernehmen Sie wieder das Kommando? Äh... Ja. Sehr schön. Dann bin ich wieder im Transporte-Raum, falls sonst noch... Äh... Ausgezeichnet. Apropos, äh... Äh... Ähm... 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 Sie wissen ja, wie man das macht mit dem Teleporter. Genau. Ich meine, es ist... Ja, okay. Alles klar. Äh... Kommande, wenn Sie teleporten müssen, müssen Sie es mir anfunken, dass ich eine Quelle auf den Teleporter... Genau. Biss ja auch. Ähm... Falko, Captain, wie Sie sehen, ist gerade keine, ähm, Crew anwesend, die die Fähigkeit hat, das Schiff zu bedienen, also Navigation und Command. Ja, das sehe ich auch. Ähm... Wissen Sie, wie... Ähm... Mir ist ja alles voll mit Sicherheitskräften und Wissenschaft dran. Und einem Arzt. Aber keiner... Und einem Engineering. Ja, und einem Engineering. Ähm... Sie sind sozusagen noch, äh, das E-Typ-Fällchen. Ja, ähm... Hallo? Merkwürdig. Ja, klar. Guck gerade das Video. So, jetzt schaue ich mal hier. Klient-ID. Falco. Sieben. Schönen Desktop hat der Typ da. Ahh... Tö. Was soll ich tun? Ich wurde unter ihre Fittiche gesetzt. Gehen sie doch mal in den Transporterraum und halten dort die Stellung, falls dort der... ... falls dort der... ...Lucky Diamond aufkreuzt. Jawohl. Was? Ja, ja, der ist Holländer. Ich soll sie und ihre zwei Rekruten zum Captain ins Büro bringen. Gämbler? 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 Ja. Ich weiß es nicht, also ich habe gerade schon einen Captain benachrichtigt. Eigentlich soll ich Gämbler und seine zwei Rekruten oben ins Büro bringen. Merkwürdig, ich habe gerade mit dem Captain Bescheid gesagt. Gut, dann hat sich das erledigt. Hat sich Lieutenant Lucky Diamond schon bei Ihnen mal hier irgendwo klicken lassen? Bis jetzt noch nicht. Okay, gut. Hallo? 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 Das geht immer noch nicht. Okay. Ich starte mal einen PC, glaube ich, weil der wollte... Mumble wollte eh, dass ich das PC neu starte. Ja. Okay, dann könnte ich selber nehmen. Ja, ich höre... Äh, auch gerade keinen. Test? Ja. Ja. Na gut. Ich habe Ihnen gesagt, sie sollen die Enden nutzen und habe denen jetzt noch eben die Basics gezeigt. Gut. Äh, können Sie reden, meine Herren? Nee, aber... Gregor ist noch gemutet. Stamphans? Stamphans? Stamphans, können Sie reden? Ja. Ja, kann ich. Super. Gut. Mh... Ja. Äh... Ich zeige dir das gleich mit den Emotes noch. Ach, Commander. Ja, guten Tag. Ähm, ja. Wir kommen gerade rechtzeitig. Äh... Ja, äh... Gut. Äh... Ich... Wenn der Commander gerade da ist, können wir uns ganz... Werde ich noch nur kurz Rücksprache halten. Ähm... Bleiben Sie mal gerade hier. Stellen Sie sich... Äh... Da am besten ans Fenster oder so. Machen Sie es hinten auf der Couch. Wir sind gleich noch mal hier. Warte? Ja. Ähm... Kommander, ich, äh... Ähm... Ich hab entschieden... Also... Es geht jetzt darum, äh... Äh... Crewman Gambler zum Endsein zu befördern. Okay. Weil er verdient, äh... Er tut hier seine Dienste und hat, äh... Zwei neue Crew, äh... Leute mit, äh... Gebracht, äh... Das muss, äh... Natürlich, äh... Wie heißt es so schön belohnt werden? Ähm... Ja, gut. Dann machen wir das. Ja, würde ich auch sagen. Direkt jetzt hier, oder? Soll ich sie kurz holen? Äh... Ja. Holen Sie es doch mal rein. Gut. Alle, die noch nicht beim Medizincheck waren, bitte in die Krankenhausstation kommen. Meine Herren, Sie dürfen mir folgen. Oder Moment. Gambler, genau. Sie folgen mir. Sie dürfen sich noch kurz hier aufhalten. Wie? Ihr sollt ihn... Ja. Genau, Sie warten hier draußen noch bitte kurz. Meine Herren. Okay. Ja. Ähm... Ja, mehr raus. Ich die Ecke? Raus. Dann fahren Sie, Gregor, raus. Rein, meine ich. Genau. Sie dürfen wir folgen. Sie dürfen sich auch setzen. Tja. Das war nicht leise. Äh... Äh... Ja. Äh... 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 Herzlichen Glückwunsch. Danke. Ich bin überrascht. Äh... Ähm... 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 Ja, Sie können sich natürlich... Sie sind natürlich, äh... sehr erfreut darüber, dass Sie sich jetzt Ihren neuen Dienstgrad anheften dürfen. Ja. Und, äh... 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 Ähm... Ähm... Sie wissen ja, dass Resort der Wissenschaft, äh... 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 Ja. Ja, danke. Grund, mit ihren Crewleuten zu feiern. Ja. Ja, danke. Ich freue mich auch auf die Zusammenarbeit. Gut weggetreten. Gut Idee. Captain, haben Sie irgendwelche technischen Probleme? Ich mache hier gerade meinen routinemäßigen Grund. Technische Probleme? Ja, manchmal. Jetzt ist er da. Ich weiß es nicht. Commander, wie sieht es bei Ihnen aus? Bei mir ist alles prima. Allerdings, wir müssten, glaube ich, noch zum Gesundheitscheck. Captain. Ah, na ja. Dann machen wir das doch jetzt. Ja, würde ich sagen, machen wir uns auf den Weg. Nach Ihnen, Commander. Dankeschön. Moment. Warten Sie kurz, warten Sie. Wohin gehen Sie, Gambler? Deck 3. Ja, nehmen Sie sich auch hin. Wir müssen zum Doktor, wo ist das? Das ist 16. Panzer als erstes zu Deck 16. Ja, stimmt. Da muss ich auch noch hin. Deck 16 müssen wir alle noch hin. Ja, ist doch richtig schön gebildet hier. Wohin, Gambler? Wohin, gehen Sie danach? Danach gehe ich nach Deck 3 in die Astromatics. Okay. Fahren wir gerade oder wo sind wir jetzt? Fahren wir oder? Ist auch stecken geblieben. Eigentlich fahren wir. Ja, irgendwie sind wir schon stecken geblieben. Wie passt. Alter. Gut, dass nicht auf. Jetzt glaube ich, hat es funktioniert. Ähm, ja. Ja. Sehr gut. Ähm. Okay. Ja? Äh. Ja, der Arzt schläft auf der Krankenkriege. Was macht sie hier? Ähm, mal ne Frage. Ähm, sie schaut nur nach oben. Da häng ich irgendwie komisch bei euch. Dein Kopf ist etwas abnormal, aber sonst... Ähm, ja, Lieutenant, Sie schauen da ein bisschen... So, jetzt ist nochmal alles gut. Ne? Das ist nicht normal. Aber jetzt sind, äh, gehen Sie einfach mal kurz, äh, lassen Sie sich einfach nochmal kurz, ähm, ein bisschen in, ja, genau, in Replikator rein schieben. Pushen. Ich glaube, wir kommen nachher zum Gesundheitschecken nochmal, wenn der dann... Ja, wenn der Arzt, äh, selbst gesund ist. Äh, selbst gesund ist. Gut, ähm, ja, äh, viel dazu. Aber, oh, Commander, habe ich Ihnen eigentlich schon den Hangar gezeigt? Nein, das hatten Sie noch nicht. Wollen Sie mit? Ah, meine Herren, kommen Sie auch mit? Jo. Dann sehen Sie sich das auch mal. Ja, sehr schön. Ja, meine Herren, das ist der Hangar. Ja. Sehr schöne Shuttles haben Sie hier. Hm? Und schauen Sie mal hier, äh, was mal hier, äh, ich kann, schauen Sie, so ein bisschen versiert bin ich ja schon. Guten Tag, Graf. Guten Tag. Ich hätte mal eine Frage. Ja, bitte. Ich habe gerade etwas Welt- und Laser ausprobiert. Ja, perfekt. Jetzt werden wir alle sterben. Ja, geschützt, leider. Ja, so muss es sein. Perfekt, Technik funktioniert. Hier, wir werden ausprobieren. Dann besuche ich mal kurz das Shuttle hier. Oh, das sollte eigentlich noch Dezember dieses Jahres sein, ne? Ja, wir wollten eigentlich, äh, über die vor. Bald könnten wir auch irgendwo mal antesten. Ja, dann kommt mal bitte mit. Ja, 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 ich hab' mir gebraucht. Wir werden irgendwo mal ihre Qualität. Ja, ja, ich weiß. Ähm. Dann werden wir noch früh genug machen. Die Scheiße geht nicht mehr. Der Arzt sagt, ich habe keine Beschwerden. Ja, dann machen wir auch schon wieder neu. Ich fahrt aus. Ja, Moment. Wissen Sie, wie man dieses Tor hier hinten öffnet? Für die neuen Crewmitglieder? Das kann sein, dass es geht. Da sind die Herren vom Hangar für zuständig. Ähm. Ja, gut. Ah, sie sind neu. Führen sie ihre ganze Crew mal im ganzen Schiff rund, dass sie mal alles kennenlernen. Das neueste Gewehr, was man kriegen kann bei der Fernflotte. Ja, ich bräuchte sie dann alle nochmal beim Medizincheck. Ja, gut, wir kommen gerade mit dem Medizin-Doktor.